Shlomo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich Teigtaschen machen, gefüllt mit Käse und zwar mit dem weißen Käse, Schafskäse. Das ist für die Füllung. Später komme ich zu der Füllung. Jetzt mache ich den Teig, fange ich an. Hier habe ich eine Hefe, frische Hefe. So, und dazu gebe ich lauwarme Milch. So, zwei Gläser davon. Hier habe ich einen Esslöffel Zucker, das ist für die Hefe, damit die schneller geht. Jetzt komme ich zu den anderen Zutaten. Achso, hier habe ich ein ganzes Ei und ein weißes Ei, und hier habe ich 125 Milliliter Öl, normales Öl. Und hier habe ich drei Esslöffel Joghurt. So, hier habe ich einen Teelöffel Apfelessig. Gebe ich auch mit rein. Und hier habe ich zwei Teelöffel Salz. Und hier habe ich einen Teelöffel Mahlap. Die gebe ich, wenn ich Mehl dazu gebe. Hier habe ich ein Kilo Mehl, aber ich gebe langsam und dabei und vielleicht brauche ich mehr oder weniger. Ich messe immer nicht. Deswegen, also ungefähr ein Kilo, aber ganz genau weiß ich noch nicht. Und dann wird das Ganze geknetet. Und jetzt kommt auch der Mahlap hier rein. So und so sieht mein Teig aus. Also schon weich, aber muss nicht nicht sehr weich sein. So ist perfekt. Ich habe ein bisschen Öl in meine Hände so geschmiert. So und dann stelle ich zur Seite, bis das hoch geht, circa 30 bis 40 Minuten. Ich schaue nach und sage ich Bescheid, wie viele Minuten dann waren die. Diese Käse hat 55 Prozent Fett. Ihr könnt noch fettiger nehmen oder geht auch mit weniger. Und so geht es einfach. Oder mit den Händen kann man auch so zerbrüsseln. Geht schneller. So, ich werde beide verbrauchen und die sind, ich habe gewogen, die sind ungefähr 500 Gramm. So und dazu kommt ein bisschen Petersilie. Habe ich klein geschnitten, so eine Handvoll. Und hier habe ich einen Teelöffel Paprika flotten Schaf. Und ich gebe noch zwei Esslöffel Öl. So, der Teig ist schon verdoppelt. Seit 40 Minuten ist schon so richtig aufgegangen. Und jetzt mache ich kleine Bälle davon. So, erstmal das ganze Luft weg. So, ich schmiere hier meine Hände ein bisschen mit dem Öl und dann so Tischtennisgröße Bälle kann man sagen. Und so weiter. Und die müssen dann also ungefähr fünf bis zehn Minuten auch ruhen und dann fange ich an mit der Füllung. Der Füllung. Der Füllung, ne? So, ich habe jetzt fünf Minuten den Teig so in Ruhe gelassen. Und jetzt fange ich an. Hier habe ich ein bisschen Öl. Ich schmiere ein bisschen hier auf dem Tisch und dann mit den Händen einfach so aufmachen. Ich brauche kein Nudelholz. So schön geht auf. Und dann einmal so drauf hier klappen. Und dann mit dem Messer schneide ich so nicht zu Ende, sondern einfach bis zum Rand unter dem Rand. So. Und dann einmal kurz so drehen. Und kann man auch festmachen oder so lassen. Wie Hörnchen. So. So. Man kann so lassen oder zu machen. Also einfach zusammen. Oder kann man mit Nudelholz einfach so drauf. Bisschen lenklich. So. Geht auch. So. 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 조öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musique Ja, das war es heute von mir mit dem Teigtaschen gefüllt mit Käse. Ich hatte noch mehr Käse gebraucht, also noch 50 Gramm dazu kam und noch ein Eigelb da habe ich gebraucht. Ansonsten danke für die Zuschauer und ein Daumen hoch nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Musique Die kann man auch zwischendurch essen oder beim Frühstück oder mit Tee nachmittags. So, ich habe mir auch einen Tee gemacht. Musique 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 Musique